Lego Star Wars Mini-Movies Folge 8 Verfolgungsjagd in der Galaxie Da Darth Vader jetzt die Jedi-Holocrones hat, sind Luke Skywalker und seine Rebellenfreunde auf der Flucht. Kennt ihr diese Rebellen? Ähm, nein, noch nie gesehen. Also, wenn ihr sie trefft, dann. Könnt ihr nicht mal was anderes spielen? Oh oh. Lauft! Verrückte Idee, aber könnte funktionieren. Hier rüber! Wir haben sie verloren. Sie sind von Tatooine geflohen. Super, R2! Sie denken, wir sind alle entkommen. Gut gemacht! Hab doch gesagt, das ist eine super Idee. Der kleine Druide passt hoffentlich gut auf mein Schiff auf. R2? Klar, der macht ganz bestimmt keinen Blödsinn. Wir haben sie überrascht. Auch aus der Ker pouBrick. ие